Ho 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 Willkommen zusammen zu Türchen Nummer 15 des BG Adventskalenders Heute gibt es zu gewinnen Transroad USA Ein Spiel, wo es um LKW Management, um so eine Art Spedition geht Das heißt, man fährt nicht selber, sondern man sitzt wie so ein Disponent davor Und baut seine eigene Flotte auf, seine eigene Firma Muss halt managen Das Spiel hatte einen, ja, gar nicht so coolen Start Es gab viele Bugs, viele Fehler Ich glaube, das wird mittlerweile, ja, ausgemerzt Hab länger jetzt nicht mehr reingeschaut Aber dieses Spiel könnte heute gewinnen Astroman hat uns einen Key zur Verfügung gestellt Vielen Dank dafür Es handelt sich hier um einen Steam Code Und jetzt würde ich sagen, schaut einfach in die Videobeschreibung Folgt dem Link, erledigt die Aufgaben Und viel Glück, bis morgen Und jetzt würde ich sagen, schaut einfach in die Videobeschreibung Und jetzt würde ich sagen, schaut einfach in die Videobeschreibung Und jetzt würde ich sagen, schaut einfach in die Videobeschreibung Und jetzt würde ich sagen, schaut einfach in die Videobeschreibung